Vor über 3000 Jahren war es eine gefährliche Reise, die auch quer durch Deutschland führte. Doch im Moment der größten Verzweiflung schickten uns die Götter unerwartete Hilfe. Eine Gruppe von Händlern, die den Weg ins Nebelland kannte. Würden sie uns auf ihrer Reise mitnehmen? Schließlich gelang es uns, sie von unseren guten Absichten zu überzeugen. Wir hatten wieder Hoffnung, den Ursprungsort des göttlichen Steins zu finden. Ich kann nur erahnen, was meinen Gefährten in diesem grausamen Land zugestoßen ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017